ein kleines knusperhähnchen ja danke also bin ich nett da schon cool gut gelaufen oder was so ist ja die family dazu wo krieg ich jetzt ist natürlich die frage wo krieg ich das andere her aber nicht im keller das macht keinen sinn es muss schon irgendwie hier kann ich das schlangen ding auch noch einsetzen wir gehen erst mal kurz so das brauchen wir noch da müssen wir noch mal in den keller glaube ich müsste denn so schief was soll das so denn wie viel go noch mal ins keller wie muss ich da laufen ja hier runter zack 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 ok ich muss noch mal gucken also wir gehen hier runter wir sind dann hier an der treppe quasi wir gehen rechts gehen rechts und dann sind wir schon da ist ja easy jetzt habe ich mich verlaufen ich glaube hinter mir ist irgendetwas ist mir aber egal die kassette hätte ich mal da lassen können so jetzt habe ich die tür geöffnet nice alter guck's dir an du die habe ich einfach aufgemacht jetzt einfach so aber er hat ja gesagt ich brauche diesen schlüssel um beide zu bekommen ach da liegt der immer noch ist noch nicht weg ist natürlich die frage oh warte mal maybe unten maybe unten we have to look ach so da kommen ach doch komme ich doch richtiger raudido okay wo kriege ich das zweite ding her das ist eine sehr gute frage ich weiß nicht ob ich das ist ein zerlegungsraum es kann sein kann doch nicht sein das weiß ich auch nicht mehr schnauze naja was soll ich denn sagen ich glaube ich habe das vor drei jahren gespielt oder so ja jetzt ah nee zerlegungsraum ist auf nee nee da kriege ich es nicht her weil da war ich gerade da ist nichts warte mal in der werkstatt ach du du hast das doch ich bin nicht du ey die ist halt immer noch zu das ist halt ein bisschen ärgerlich es gibt hier aber auch wie war das noch dein overall favorite resi ist nicht der siebte der siebte war geil ja aber es war nicht mein favorite resi so okay alter wo war das zweite ich brauche auf jeden fall auch diesen schlüssel aber ich brauche den nirgendwo mehr ich glaube der hat mich angelogen der kleine pisser der singte war auch geil also ich habe den auch gefeiert der war ja auch geil aber war nicht mein lieblings teil naja ich sag mal so was du jetzt schon wieder meinst ist dlc ne und äh ich kenne die dlcs von sieben nicht also bitte also ich weiß dass chris dabei ist weil der heißt ja so also da ist ja der als Bild drauf aber ich kenne die dlcs halt nicht weiß ich nicht ob er nötig ist keine ahnung wahrscheinlich nicht oder in der garage ne da kann ich nicht mehr rein wo ist denn die kacke das ist ja verrückt ich kann hier nur in die werkstatt nicht rein hier kann ich überall rein außer in die garage hier war ich drinnen kinderzimmer kinderzimmer dies das dachboden da war ich auch ne ja huch so hier ist das alte haus äh da war ich auch überall das wäre krass warte ich gucke nach ne hab ich nicht verdammt wo ist der wo ist der wo ist der wo ach haltet doch eure schnauze was macht ihr denn da oben ja eins haben wir aber wo kriege ich nochmal zwei her frage nochmal den kopf kopf du hast anscheinend auch keine ahnung okay hier nochmal ohrenwärmer geil wo kriege ich den denn hier Alter. Ich irgendwo war... Nee, ich habe aber eigentlich auch alles mitgenommen. Hm. Die ist zu. Die kann ich nicht öffnen. Oder war es auch nicht? Hier? Nee. Ich finde ein bisschen schade. Das wäre cool gewesen. Wenn angezeigt werden würde. Da hast du noch was übersehen oder so. Das wäre ganz geil. Er hat ja gesagt, ich brauche den Schlüssel, um an beide ranzukommen. Ach, lol, Alter. Ja, sicher. Jetzt, äh... Jetzt macht alles wieder Sinn. Ich habe aber noch ein Rätsel zu lösen. Dazu müssen wir hier aber erst mal wieder rein. Kommst du denn in die Garage nochmal? Nee, nee, da komme ich dir mal rein. Aber ja, schön, ist jetzt zu wissen, was das ist. Oh, ja. So, also jetzt weiß ich es wieder. Pass auf. Darauf kann ich die Uhr nicht stellen. Wir gucken uns da mal ganz kurz an, auf was die Uhren stehen. Und dann müssen wir ins Schlafzimmer der Eltern zurück. Da müssen wir nämlich dann das Bett verschieben. Man hat ja schon gesehen, darunter ist ein kleiner Geheimgang. Und dann kommen wir weiter. Easy. Okay, die stehen alle auf... Viertel nach zehn. Oh, so. Früh. Außer das Viertel nach zehn abends. Aber hier komme ich nicht nochmal rein, weil... Halt die Schnauze da hinten. Oder? Wobei, doch, theoretisch müsste ich sogar reinkommen. Klar. Bringt mir halt nur nichts. Außer hier gibt es noch ein bisschen Stuff zum Einsammeln. Dann schon. Gut, da kann ich hoch. Ja, nice. Guck mal. Ja, nice. Guck mal. Gut, da oben ist irrelevant. Kann ich mal gucken, kann ich irgendwas hier geil zusammenpanschen? Ja, kann ich sogar tatsächlich. Also eigentlich unnötig, hier nochmal zurückzugehen. Aber was man hat, hat man, ne? So. Schubs. Viertel nach drei. Ei, ei, ei. Was ist im Auge? Oh, was ist im Auge? Du hast nichts gesehen. Gut. Also, eins kann ich sagen. Wenn ich mal ein Haus hab, das mach ich mir auch. Unter meinem Bettchen noch so einen kleinen Geheimgang. Was bist denn du, Alter? Ganz crazy Teil. So. Zweite Zugangskarte. Hm. Marmeladensaft. Wir sind auf der anderen Seite. Wuhuuu. Ja geil, warum kann ich die denn öffnen? Da ist ja gar nichts drin. Jetzt ist das Bett bestimmt wieder zu. Ich komme hier nicht mehr raus. Nie wieder. Ja, leckst mir doch am Arsch hier doch. Na gut. Then again through the Keller. Okay, wir müssen im Grunde ja gar nicht so viel machen. Wir müssen ja eigentlich nur hier raus und direkt nach rechts und den Gang lang. Und dann läuft der Hase. Hier ist der Wilfried. Wilfried, lass mich durch. Dankeschön, Wilfried. Sehr nett von dir. Es ist hier eigentlich... Ich finde es aber langweilig, aber es ist übelst easy an ihm vorbeizulaufen. Guten Tag. Hey, Kumpel. Denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Oder? Schnauze. Komische Familie, ey. Also eins weiß ich. Ich werde jetzt erstmal speichern. So, wir werden erstmal noch was anderes machen. Die brauchen wir. Brauchen wir den Schlüssel noch? Das ist auch schade. Hier wird nicht mehr angezeigt. Brauche ich nicht mehr. Den Arm brauchen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal. Das brauche ich erstmal nicht. Hm. Mann. So. Da haben wir da ein paar Slots free. Nochmal speichern und dann geht's los. Weil das will ich auf jeden Fall noch machen. Schön die Geburtstagsfehle, ne? Okay. Dann wollen wir mal. Baaah. Pssst. Okay. Als ob ich den nicht getroffen hab. Ich glaub, Fakt hier. Stell ich mich jetzt hier einfach rein, so. So, wo an dem ich mal. Äh. Okay. Na gut, hab ich die outsmarted hier. Easy. Warum nicht? Weil ich's kann einfach. Weil jetzt die Party abgeht hier. Verstehst du? Munition ist eh Schall und Rauch in diesem Spiel. Let's play, Junge. Ja, geil. Let's play. Ich glaub, der hat einen YouTube-Kanal. Muss man mal nachher nachschauen. Okay, wir gönnen uns kurz diese Musik. Die ist schon. Uh, das ist heftig. Warum mute ich mich? Keine Ahnung. Ja, du machst das schon. Let's play. Also wirklich, der Typ ist auch ein cooler. Warum ist es hängengeblieben? Das ist geil, Alter. Das ist keine Ahnung. Und zudem ist ja eigentlich nichts anderes, was du auch auf Twitch machst. Das sind halt einfach Videos. Kann man nennen, wie man will. Okay, ich glaub, der macht Vlogs. Der macht Vlogs, der Boy. Typ, von dem ich vergessen hab, wie er heißt. Doch geil, Alter. Das ist ne Fruchtbarkeitsstatue. Heirat'n. Heirat'n. Der Typ ist auch geil. Okay. Okay. Also, ich sag jetzt mal so. Das ist jetzt nicht so besonders. Das kann ich auch. Ich hol gleich ne Zange und zeig dir das. Ja. Das heißt Ethan, aber ist okay. Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus griechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst dann noch mal nichts hitteln, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Du kommst schon, Ethan. Was sagst du? Nee. Boah, Alter, mit Special Effect, Junge. Scheiße. Genau, Scheiße. Das ist auch ein Knisch, ne? Als ob ich das nicht gesehen hätte. Ach, boy. Und das ist aber dünn, der Draht. Jetzt ist die Frage, ist Ethan schlank genug? Wie gesagt, nicht. Jetzt bin ich mal wieder, bin ich nur für Spaß und so und dabei war aber nix mit circa bis 1, ne? Ja. Wünsche dir auch ne gute Nacht. Man liest sich. Aber ich bin auch gleich fertig. Tschö, tschö. Ah, ist aber gemein jetzt. Ach, wobei, da kommt ja noch so der ganze Kack hier, wa? Nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf, Alter. Ich dachte, da kommt direkt das mit der Fehde. Danke. Das ist ja noch mal speichern. Nee, ne? Scheiße, Alter. Doch, das kommt jetzt tatsächlich sogar. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Ja. Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Na komm schon, versuch's mal. Man weiß nie. Ja. Stimmt's. 0. Nee, war falsch. Ja. 5. 14. Ich geh wieder raus. Oh, ich bleib hier einfach stehen. 0. 8. Ich muss das Passwort herausfinden. Oh, leck's mir am Arsch. Gehen wir da lang. Kann ich hier nochmal irgendwo speichern? Achso, vielleicht hätte ich hier die Muni mal wechseln sollen. Na ja. Mein Gott. Oh, jetzt kommt, glaub ich, erst was anderes, bevor ich da hinkomme. Da hab ich, ehrlich gesagt, nicht mehr so die große Lust drauf. Deswegen, wenn wir das Ganze hier an dieser Stelle, das reicht ja auch. Das waren jetzt 2 Stunden 20. Das sind wieder gut 7 Folgen für YouTube. Da bedanke ich mich doch ganz herzlich fürs Dabeisein und etc. PP538 und so. In der nächsten Folge geht's ungefähr hier weiter. Ich weiß nicht, das letzte Mal gespeichert hab ich ja ein bisschen weiter. Ja, dann fangen wir da nämlich wieder an. Und ja. Ne? So läuft der ganze Hase. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ne? Bevor es zum Ende geht. Ja, ein bisschen kommt noch. Die Muni hatten wir. Wir haben jetzt ihn. Wir haben nochmal den Faddy. Da müssen wir uns entscheiden. Wir werden uns nicht für mir entscheiden, weil ganz ehrlich, die ist doof. Ich bedanke mich und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hau da rin. Wenn's wieder Livestream-mäßig mit Resident Evil weitergeht. Auf YouTube sind, da ist das ja jetzt auch ein Livestream. Aber da kommen die Folgen ja so dann einzeln raus. Weil, ist so. Ne? Aber es kommt auch demnächst wieder was anderes. Vielleicht morgen. Vielleicht auch nicht. Morgen. Ne? Ne, heute. Schauen wir mal. Ich bedanke mich. Rinja Hauen. Ciao.